Das ältere Zeichen Das ältere Zeichen führt euch einmal mehr in die Arkham Horrorwelt von H.P. Lovecraft. Diesmal gilt es, die Geheimnisse eines Museums aufzudecken, um so zu verhindern, dass einer der großen Alten aus einer anderen Dimension durch ein Portal in unsere Welt gelangt und so die Gefüge unserer Welt ins Chaos stürzt. Jeder Spieler übernimmt dabei die Rolle eines Ermittlers mit besonderen Fähigkeiten. Der Rundenablauf ist recht einfach. Ist ein Spieler am Zug, kann er sich immer für eine von zwei Möglichkeiten entscheiden. Entweder geht er so zum Beispiel zur Museumspforte und kann dort dann die Erste-Hilfe-Station, das Fundbüro oder den Souvenirshop besuchen. Oder er bewegt sich in einen anderen Museumsraum und stellt sich so den unterschiedlichsten Abenteuern. Dies geschieht dann, indem er mit bis zu acht Würfeln würfelt und so versucht, die Aufgaben auf so einer Abenteuerkarte zu lösen. Gelingt ihm dies, so erhält er Belohnungen und kann so zum Beispiel Tore zu mächtigen Orten in anderen Welten finden oder solche wichtigen älteren Zeichen, von denen immer eine bestimmte Anzahl benötigt wird, um den großen Alten zu bannen. Es versteht sich von selbst, dass dabei natürlich Würfelregeln gelten werden und dass zum Beispiel durch Portale auch Monster den Weg in unsere Welt finden und uns so das Leben schwieriger machen. Außerdem sollten die Ermittler sich nicht zu viel Zeit lassen, da jedes Mal, wenn die Uhr zwölf schlägt, eine Mythoskarte ausgewertet wird und negative Effekte in Kraft treten und so zum Beispiel auch das Verderben der Welt voranschreitet. Aber zum Glück gibt es im Spiel auch normale und seltene Gegenstände sowie mächtige Zauber und Gehilfen, die euch im Spiel sehr nützlich sein werden. Das ältere Zeichen ist also ein Spiel, bei dem ihr nur gemeinsam gegen das Spiel bestehen könnt. Auf der einen Seite bietet es dabei eingefleischten Arkham Horror Fans die Möglichkeit, auch mal eine kurzweiligere Partie in der Welt des Arkham Horrors zu erleben und auf der anderen Seite stellt es eine schöne Einstiegsmöglichkeit für Neulinge in die Welt von H.P. Lovecraft dar. Das ältere Zeichen, ein spannendes Würfelspiel mit stimmungsvollem Spielmaterial für ein bis acht Spieler ab 14 Jahre. Viel Spaß beim Spiel. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020